Gefechtsstation Autopilot aktiviert Gruppe 2, bereit Gruppe 4, start Gruppe 5, start Gruppe 3, bereit Gruppe 2, in der Luft Gruppe 2, warte auf Anweisungen, Ende Gruppe 3, behalte derzeitigen Kurs bei Gruppe 3, warte auf Anweisungen, Ende Gruppe 4, in der Luft Gruppe 4, warte auf Anweisungen Gruppe 2, warte auf Anweisungen, Ende Gruppe 5, in der Luft Gruppe 4, warte auf Anweisungen, Ende Gruppe 2, wir stehen unter Beschuss Gruppe 3, wir stehen unter Beschuss Gruppe 4, wir stehen unter Beschuss Gruppe 3, greifen Gegner an Gruppe 5, wir stehen unter Beschuss Gruppe 3, kehren zurück zum Schiff Gruppe 4, greifen Gegner an Gruppe 4, kehren zurück Gruppe 5, greifen Gegner an Gruppe 5, kehren zurück Gruppe 5, in der Luft Gruppe 5, in der Luft Was ist das, was wir tun? Gruppe 3, bereit. Autopilot aktiviert. Gruppe 2, kehren zurück zum Schiff. Gruppe 4, bereit. Gruppe 5, startklar. Verstanden, kommen Ihnen zur Hilfe. Gruppe 2, kehren zurück. Das ist ein Schiff. Sie werden dann die Maschine in der Witw-Kat-Flechtsschiff verdienen. Also, wir werden hier in der Witw-Kat-Flechtskarte gelegt. Ihr habt ihn mit der Maschine in der Witw-Kat-Flechtskarte. Und da kommen Sie mit den Maschine in der Witw-Kat-Flechtskarte. Oh, was ist das gleich? Das ist eine Schiff, die nicht mehr hinter die Maschine in der Witw-Kat-Flechtskarte. Gruppe 3, behalte derzeitigen Kurs bei. Gruppe 3, warte auf Anweisungen. Gruppe 4, in der Luft. Gruppe 3, warte auf Anweisungen. Ende. Gruppe 4, warte auf Anweisungen. Ende. Gruppe 5, behalte derzeitigen Kurs bei. Gruppe 2, in der Luft. Anweisungen. financierei. Pass auf Anweisungen. Rupfer 2, dang. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020